The Future is Now ist nicht nur ein Spruch, der heute gilt, sondern der jeden Tag gilt. Wir entwickeln gemeinsam seitens der Industrie, besonders seitens der Mobile-Software-Industrie, jeden Tag Produkte, die wir heute oder morgen nutzen werden. Gemeinsam hier mit Branchenvertretern, Vertreterinnen zu sprechen, ist natürlich großartig, weil wir uns gemeinsam Gedanken machen um die Zukunft. Und die Beraterinnen und Berater, mit denen wir heute auch sprechen durften und die wir eingeladen haben, gemeinsam mit uns nachzudenken, helfen uns tagtäglich darüber nachzudenken, was könnte das nächste große Ding sein. Vielleicht ist es auch eine ganz kleine Lösung, über die wir uns alle freuen werden. Wir sind jedenfalls dabei und halten unsere Türen offen.